Erstmal herzlich willkommen zurück bei Monkey Island auf Ferd Island oder wo auch immer. Eine Idee hatte ich noch. Vielleicht reicht ja eine Planke und man muss die nur ein bisschen weiter weg stecken und er springt dann darauf oder so. Also wir sind jetzt immer davon ausgegangen, wir müssen immer zwei abwechselnd benutzen. Genau. Vielleicht kann man auch eine ein bisschen weiter weg vom Start machen und er springt dann darauf oder so und dann an den Ast. Keine Ahnung. Das ist ja irreführend mit dem Weg. Okay, du bist nicht begeistert. Wir lassen es. Das macht keinen Sinn. Wer will ja ganz nach oben. Na, oder? Ich weiß nicht. Aber es würde ja reichen, einen Stock da reinzustecken. Na, es geht aber nicht. Passt nicht. Na, dann vielleicht dem Woodsmith zeigen. Dann geht's um Woodchuck. Gut. Where do you want to go? Woodchuck, please. Es gäbe. Nein. Es gäbe. Es gäbe. Haben wir schon probiert. Nee, weiß ich nicht. Excuse me. Could you take a look at this? Geil, Mann! Achso. Gib ihm Holz. Irgendwas hier, Holz, was wir haben. Aber man kann dem Dach hingehen. Holz, Holz. Ja, ich such doch schon. Ganz oben. Da ist Holz. Und das da. Oh, das ist fies. Die Animation, weißt du? Excuse me. Could you take a look at this? Looks fine to me. Aber passiert nichts. Ach, Mann. Aber wir wissen, dass er halt sich Sachen anguckt und vielleicht reparieren kann. Aber das bringt ja jetzt nichts. Was ist denn, wenn ich ihm seinen eigenen Hammer wiedergebe? Funny. Das sieht nur wie mein Hammer. Den habe ich missen. Nur legt es zurück auf den Huck und ich werde keine Chargern pressen. Nice. Toll. Aber das heißt doch, wir brauchen ihn nicht mehr. Ja, warum? Ja, wollen wir ihn... Oder müssen wir ihn wieder nehmen jetzt. Das war dumm. Wollen wir ihn wiederholen müssen? Ja. Ich dachte, wir brauchen ihn nicht mehr. Ach, Quatsch. Stimmt. Ja, dann holen wir ihn halt nochmal. Wie darf sie? Dann haben wir das auch mal gezeigt. Deswegen geht es noch. Ja. Deswegen sagt er nicht, nee, habe ich schon mal gemacht. Wir haben einfach so viel Zeug. Voll nervig. Das ist so gemein. Ja, dann holen wir ihn halt wieder. Ich habe doch auch keine Ideen mehr. Ja, ich weiß. Ja, ich weiß. Aber schön gemacht. Jetzt schlafen sie wieder. Die Leiter hat angezeigt in der Bibliothek. Vielleicht kann man da was absägen. Ich weiß, macht keinen Sinn, aber... Wie kriegt man die Tante weg? Ja. Es sagt Woody. Aber es wäre zumindest eine Leiter. Ich will Press Chargers. Ja, gute Idee. Pullen wir auch nochmal aus. Warum sollte sie sonst anziehen? Aber ja. Wo weit noch jetzt hin? Ähm, Fett Island. Fett. Fett. Ja. Ja. Boah, die killt mir mein Inventar. Ich glaube nicht, ich sollte das kümmern. Das ist eine Bibliothek. Vor allem, weil sie würden wir hinter ihr rumsägen. Die ist viel lauter. Mann, ich will aber sägen. Sag mal, Frage. Der Kostümverleih. Ja. Wollte der Typ nicht ein Ticket sehen? Ja. Und haben wir nicht ein Ticket mit der Einladung? Wir haben doch eine Einladung fürs Kostümfest. Das ist aber so ein anderes Ticket zum Kostüm abholen, glaube ich. Achso, okay. Ich geh nochmal zum Fischer. Vielleicht ist da eine Planke locker. Da steht doch Invitation. Achso, ne. Invitation, ja. Ne, das ist... Wieso? Äh, achso. Vergiss die Invitation nicht, wenn du dein Kostüm holst. Achso. Haben wir das denn jemals gezeigt, dem Typ? Weiß ich nicht, ich dachte... Okay, erstmal Fischer. Achso. Na vielleicht, das wär cool. Ist da was locker am Boden? Er sieht nur ein bisschen besser, als er riecht. Ich wüsste, dass er das gefühlt hat. Haha, ihn reinschubsen. Ich wüsste, dass er das gefühlt hat. Aufnehmen. Ich glaube nicht. Okay, zeig deine Planke an. Ja, gleich. Ja, gleich. Dann geh zum Kostüm. Die Rod zeigt halt mal an. Ja. Gut. Äh, ich dachte tatsächlich, dass wir das mal ausprobiert hatten. Aber mit der Invitation... Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Äh, boot die Eile. We can go there, mon. That's the forbidden hexagon. Come on. Das ist geil. Äh... Das wär ja... Das haben wir doch bestimmt gleich gemacht. Hätt sich auch gedacht. Ah, you have a costume on reserve. Scheiße. Well, that's a different story. Let's see. Echt jetzt. Oh. Hm, was kriegen wir denn? Hä? Walk this way, please. Ah. Das war irgendwie... Ähm, ähm. Well, here it is. You'll surely be the talk of the party in this... Haha. Wen hat mal die... Have fun and enjoy your costume. Wen hat man das nochmal geklaut? Ich weiß gar nicht. Hey, wo ist er denn? Offenbar... Dress. What a beautiful dress. Mhm. I don't wanna wear this. Right now. Mhm. Oh, nein! Ah, geil! Das ist ja krass. Oh, man. Hä? Wir sind schon ein bisschen dumm, ne? Last bottom boat. Wirklich. Last bottom boat. Ähm, du musst dich erst umziehen, bevor du hingehst. Aber wo soll ich mich umziehen? Auf der Toilette? Beim Baum? Ja. Wie jetzt? Ne, probierst du hier. I don't wanna wear this. Ach so. Ich glaub nicht, wir müssen es noch nicht umziehen. Erst da, oder? Doch, zur Wache? Wenn du bei der Wache bist da oben, dann... Muss man jetzt nicht nur zeigen, das Kostüm? Quatsch. Ja. Ach so. Ah, die macht's aber. Nein, ernsthaft! Ernsthaft! Oh, was für eine Kacke! Endlich! Das war ja anstrengend. Du musst aber auch erstmal drauf kommen, ey. Wirklich. Ja, wir sind wirklich sehr sexy hier in der Bildnis. Mit der Männerbrust. Ich sollte nochmal von vorne gucken. Ah, geil! Langer Ausschnitt am Rücken? Jetzt zeigt doch mit Doppelklicken, also mit zweifach klicken. Wo geht's jetzt weiter? Ähm... Rechts? Ähm... Ach so! Oh, was ist das denn? Ich war verwirrt. Wer diese Straßen landet? Okay... Oh! Oh mein! Aber die zeigen beide nicht an. Nö. Erstmal außen gucken. Woods zeigt an. Woods ist ja nicht Path. Ja, gucken. Gleich hingehen? Ja. Jetzt sieht das wieder aus, oder was? Ah, doch. Okay. Hä? Alles klar. Äh... Woods ist das gleiche wie Path. Wusste ich ja nicht. Warum? Warte erstmal gucken. Ne, zeigt nichts an. Ist jetzt Elaine hier eigentlich? Ach, hier zeigen die an. Ach so. Side of house. Aha. Kann man noch rumgehen vielleicht. Side of house, okay. Erstmal hier? Erstmal da. Guck mal, der Weg führt hier auch so rum. Ah. Cool, hintereingang. Ja, nice. Das sind Zigaretten. Garbage can. Garbage can. Das zeigt nicht aus. Müll ist immer verräterisch. Der Zettel da. Es ist ein beat-up metal Trashcan. Alter. 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 Ähm. Was ist das denn für ein Koch? Der mit seinem Blutmesser, Alter. Oh. Es sagt, dear Booty Island Waste Disposal Service. Schhhh. Please don't bang garbage cans. The governor is sleeping upstairs. No way. Probably smells. Boxes. They're empty. No thanks. They reek of fish. It's empty. No thanks. It reeks of fish. Aber da drin gibt's ja den Fisch. Äh. Mal gucken. Na dann. Hier rin. Da ist der Fisch. Boah, das ist Huhn. Ähm. Wo waren hier... Huhn? Also diese Köche sind ein bisschen komisch. Die sind alle ein bisschen... Boah, da war's! Ja, es ist Huhn. Den können wir doch safe nicht einfach nehmen. Ja, bestimmt nicht. Hey! Get you on staff only! Sorry. Ja, da kann man dann... Okay. Warte, ich will nochmal gucken. Kann man an irgendwas ran, was in der Nähe? Nee, ist auch nur der Fisch hier. Gut. Den Fisch wollen wir ja haben. Mhm. Und da geht's auf die andere Seite. Okay. Wahrscheinlich. I'm busy. Nice. Okay. Okay. Cool stone. Aw, what a cute little thing. You'd better not touch that dog. Now why would I wanna pick on such a cute little puppy? Gut. Rinnen gehen oder was? Party! Party time. Wer knutscht denn da auf der Treppe? Cool. Guck mal, hier ist ein Kannibale. Ja. Geil. Boah, die fette Fischflosse in der Mitte. Erstmal spoilern. Echtmal. Das Möp. Fertig. Das Möp. Ich werde 20.000 in diesem dummen Kostum ausreißen. Es sieht aus wie ein Teil der Möp für einen großen Wupp. Danke. Das macht drei Möp-Pieße, nur eine zu gehen. Nun. Nun ist es so einfach. Wir kommen damit nicht raus. Ist ja geil. Ist ja geil. Wir kommen damit. Wir kommen so直. Stukulen. Ich weiß nicht. Wir kommen dann Spaß von. Wir kommen dazu. Wir kommen jetzt mit. Wir kommen jetzt. Dann kommt der 2ne Platz. Der 2ne Platz hat. Der 2ne Platz hat. Der 2ne Platz hat. Der 2ne Platz hat. Ja, und das 5n. Der 2ne Platz. Das 7n. salmon don't I know you from somewhere probably saved a lot of materials huh i'm sure i don't know not that paper bache is very expensive wahrscheinlich kommst du nicht da hoch wir haben ja jetzt auch die dritte karte ja man soll die nehmen und soll jetzt rausgehen und dann passiert irgendwas ich kann jetzt gehen ja ich kann jetzt gehen ja der hund stimmt 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 das ist ja elaine's und sie hat den guybrush ja Oh, die Zähne! Die Wasser. Oh, uh, look out for that rake. Oh. Jetzt sagt er die Scheid. Ich habe einen von deinen Party-Güssen gemacht, um mit deinem Vater zu machen. Ein anderer würde-be-Klein-Hunter, eh? Bring ihn in. In hier, Guybrush. Guybrush? Guybrush 3-point? Ah! Was ist das, was passiert? Ich dachte... Guybrush, kannst du nicht einen Hint nehmen? Wir waren ein Fehler. Ich dachte, wir hatten ein Agreement. Kannst du nicht sehen, wie mein Herz hat soffert? Oh, wirklich? Wie werden wir sie jetzt los? Wir brauchen die Blanke. Your lonely nights are over, baby. I have returned. So richtig schön schmalzig. Man kann jetzt die schmalzige oder die arschige Seite machen, ne? Mach schmalz. Mach das sogar einen Unterschied, was ich wähle? Nee, ich weiß es nicht. Have you been forwarding all my mail? Have you been forwarding all my mail? Can't you take a hint? I realized now, what a fool I've been. You're getting warmer. Ah, entschuldigen müssen wir uns. Ja. My soul is sick, Elaine. And love is the only cure. Well, that's not the most stupid thing you've ever said. Man. I'll win you back. If it's the last thing I do. Oh, Guybrush. I know I shouldn't have anything to do with you. But there's something about your weakness and ineptitude that I find infectious. Does that mean you're gonna let me have the map? The map. Is that what this is all about? I should have known better. If the map's all you care about. Oh. You'd better go out and get it. Oh. Und dann machen wir genau das. Schnell, oder? Wir kommen wieder, Elaine. Wir kommen wieder. Um die Planke zu holen. Mann, er hatte sie und dann versaut das. Oh. Was? Hey. Mann. Echt jetzt? Come back here. Schliff, little devil. Hey. Oh. Natürlich. Wohin? Bestimmt auf dem Baum. Oh, ja. Ich sag's dir, auf dem Baum. Und wir versuchen die ganze Zeit das Baumrätsel zu lösen. Ja, noch dichter. Oh, doch nicht. Ah, an die Küste. An's Cliff. Ja, das stimmt. Hm, okay, gut. Oh, das stimmt. Aber ich will noch mal gucken. Jetzt sind die, das klutschende Paar ist jetzt weg. Ja, jetzt kommen wir irgendwo. Aber sie ist auch noch da wahrscheinlich. Ja. Wie trinkt der denn sein Cocktail? Zieh's weg! Gut, dass wir zurückgegangen sind. Ja man, nimm! Nimm! Natürlich! Well, maybe she won't miss this old thing. Yes. Willst du noch was nehmen? Hey, it's Kyle Katarn in a dress. Ja, sie war das, von der wir das Dress haben. Nothing back here. I'd like to, but I'd better stay in costume. Man, she has shoulder pads and everything. I think I'm wearing enough women's clothes right now. I think I'm wearing enough women's clothes right now. Well, comfy. I better not mess up Elaine's sheets. Chest! Goal! It's impolite to stare at a woman's chest. Okay. The last time I stole something from Governor Marley, I almost ended up as fish food. It's just a porcelain replica of a chest. I hate that knick-knacky junk. Ah, das ist ne porcelain replik. Ah, okay. Bust. Ne büste. You know, I heard some guys talking about Marley's bust. This must be it. Okay. Ah, I don't want to break anything. Elaine would kill me. Ah, I don't want to break anything. Elaine would kill me. Ah, der nimmt den nicht. Ah, I don't want to break anything. Elaine would kill me. Hey, it's Kyle Katarn in a dress. I can see Governor Marley's front yard. Ah, ich dachte sie. So, machen wir zu, dann zieht's nicht so. Sehr nett. Ja, geil, die Planke. Sehr nice. Dann sind wir hier fertig. Habe ich doch gleich gesehen. Ja, hast du. Habe ich doch auch mal gesehen. Super. Aber hier das ist egal, oder? Das ist egal, wir brauchen halt den Fisch dann auch irgendwann. Lass noch mal gucken, den Pick. Nein, die Planke. Nein, die Planke. Achso. Gut, Glück gehabt. Aber ja, der hat gebellt wegen der Planke. Ja. Die Nase, ey. Vielleicht ist der jetzt weg, der Koch? Warum? Keine Ahnung, aus Gründen. Neuer Story Point. Naja, schade. Kannst du ihm irgendwas geben? Vielleicht können wir, vielleicht können wir den ja tatsächlich angeln. Mit ner, mit ner Angel, wie er rausholen. Ah, das wäre lustig. Haha. A sad kitchen staff only. Sorry. Ne, jetzt aber noch nicht. Aber was ist denn, wenn wir rappeln und dann reingehen? Okay, geht gar nicht. Ähm. Ähm. Was? Der folgt uns. Kommt der mit? Der kommt mit? Geil. Jetzt laufen wir einmal rum. Ja. Und dann gehen wir vor ihm rein. Ey, wirklich. Wir müssen nur schneller sein. Ja, wie gut. Wir gehen schnell rein, nehmen den Fisch und dann gehen wir raus. Genau. Ach, krass. Jetzt kommt er gleich, jetzt kommt er gleich. Ist ja cool. Hahaha. Sehr nice. Geil. Wie gut. Und das war's hier drin auch. Ja, fertig. Cool. Messerfisch. Oh. There you are. Anyway. Like I will say. Ciao. Das war richtig gut. Hammer. Haben wir den Fisch selber auch noch geholt. Wir waren richtig erfolgreich hier. Ey, super man. Jetzt nach links. Der hat ständig das gleiche. Oh. Der wilde. Punk. Hahaha. Der wilde Koch mit seinem Blutmesser einfach. Ah, wir können den hier raus gehen. Rechts, genau. Oh. Oder wir gehen aus dem Spiel raus. Entschuldigung, aber ist mir lange nicht passiert. Das stimmt. Ich war gerade so in der Hitze des Gefechts, ja. Wenn ein wütender Koch mit Blutmesser verfolgt, dann kann man schon auch mal aus dem Fenster tappen. Hat Gebeil. Erst den Baum? Aber da wissen wir noch nicht, was wir machen müssen. Aber der ist dichter. Hahaha. Wir nehmen das, was dichter ist. Genau. Dann die Küste und dann den Fischermälen. So. Planke. Jetzt haben wir nämlich zwei. Haben wir zwei. Aber ich wollte das, was ich vorhin meinte, will ich nochmal ausprobieren. Was ist, wenn ich den zum Beispiel ins zweite Loch stecke und dann benutzen mache? Schafft er dann darauf zu springen? Nee. Kommt da gar nicht drauf. Kann er nicht. Dann steckt die erste ins erste. Ja geil. Oh, hab ich mich erschreckt. Was? Oh, hab ich mich erschreckt. Alter. Ähm. Nein. Ich hab keine Maus. Nein. Nein. Ouch. Das wirklich tut. Oh. Oh. Warte einen Moment. Something sehr strange ist hier passiert. Das ist auf den Kopf gefallen. Oh nein, ich weiß. Okay. Was mit dem Ribbone. Was? Was mit dem Bones. The Headbone is connected to the Ribbone. Ich hab keine Ahnung. Guck wie er guckt. Guck wie er guckt. Guck wie er guckt. Was? Ach so. Stille. Was ist das denn denn? Was ist das denn denn? Was ist das denn? Ich hab das kurz zu sehen. Wie ist das denn? Wie ist das denn? Ich hab die Ritbone mit dem Ribbone. Was hast du denn? Ja, danke, dann müssen wir es uns nicht merken. Oh, super, danke. Oh. 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 Was ist es? Was ist falsch? Warum hat man wieder zu mir verlassen? BOO! Well Chuck. Aber ich habe dir getötet. Du hast mich nicht getötet, du kleine Schmutz. Ich war schon ein ein Gehirn, als du mich kennst. Du hast nur meine Essence spirituell. Ein favorer, der ich jetzt zurückkennen. Wow, what a dream. Oha. Boah. Diese Szene. Krass. Ja, reparieren, ne? Ich glaube, ich weiß, wo man den Song auch anwenden muss. Man hat es schon mal in einer Cutscene gesehen. Die zweite, also nach dem zweiten Map-Stück, die Zwischensequenz, da waren im Hintergrund drei... Ja, verschieden angeordnete Skelette mit den verschiedenen Rippen. Die muss man dann irgendwie richtig drehen oder so. Ja, das muss der reparieren. Das kann doch der Woodsmith machen. Ja, ja, genau. Nehmen, nehmen. Okay. Oha. Krass, ey. Was für ein Trip. Krass, dann gehen wir zur Küste. Ja. Oder zum Fischermann, ist ja egal. Was für ein Trip. Krass, ey. Dachtest du schon, wir sind tot und bekommen den Indy-Quotzchen? Den Geiborst-Quotzchen. Der Indy-Quotzchen? Ja, Mann. So, runter gucken. Boy, it's a long way down there. Ja, ein Seil oder so. Ich habe es nicht. Was? Ich muss jetzt irgendwo befestigen. Am Stein. Aber der zeigt den hier an. Womit soll ich das so machen? Das scheint nicht zu funktionieren. Ich habe es nicht. Ich habe es nicht. Das hat er gesagt. Nein. Das war ja komisch. Also eben, als ich hier raufgegangen bin. Ich habe es nicht. Na ja, du brauchst ja eigentlich irgendwas, mit dem du das... Ich denke, ich bin zu knackig, um den Stick und einen Knot anzunehmen. Das ist den anderen Stock vielleicht. Das scheint nicht zu funktionieren. Was macht das denn für einen Unterschied? Ja, ich würde zum Fischer gehen, weil vielleicht können wir mit der Angel das angeln von ihm. Das Kartenstück. Ah. Wenn wir gewinnen, dann können wir... Wir haben ja den Fisch. Ja, du hast recht. Wir haben ja den. Wir haben ja den. Wir machen jetzt erstmal Woodsmith und Fischer. Erstmal Fischer. Ja. Ja. Machen wir. Du hast recht. Äh, hier. Where do you want to go? Ach. Ja. Hätte ja gar nicht. Hätte ja gleich klicken können. Ja, stimmt. Ich dachte irgendwie, wir sind hier, aber ich verwechselte. Where do you want to go? Na hier. Fett. Fettifett, man. Und den Fischer, den sprechen wir an. Ihr wisst es. In der nächsten Folge. Bis dahin. Tschüüü. Tschüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüü